Ja, also wenn du jetzt gut in Mathe wärst, dann wüsstest du, dass eine Woche sieben Tage hat, 24 Stunden pro Tag und dass, wenn ich zum Beispiel 24 Stunden gearbeitet habe, man glaubt es nicht, ich dann auch frei habe am nächsten Tag. So, liebe Leute, die Rubrik, die bei euch so gut angekommen ist und bei mir auch, best of Hater-Comments, Teil 2. Ich habe mich aber heute bewaffnet mit einem Buzzer und zwar aus dem Grund, auch ich habe eine Möglichkeit als Jokers und das, was ich nicht kommentieren oder beantworten will, da darf ich einmal so machen. Also ich bin gespannt. Es geht los. Ich weiß gar nicht, muss man sowas beantworten? Ob ich meine Seele dem Teufel verkauft habe? Nein, also erstmal war ich Messdiener früher, ja, dann war ich auf einer katholischen Mädchenschule, dann gehe ich regelmäßig in die Kirche, das hat, glaube ich, mit Teufelverkauf nichts zu tun und ich sage mal, ein bisschen Botox in meinem Alter hat noch keinem geschadet. Leute, ich gehe stark auf die 40 zu. Was ist los? Wenn man nicht so aussieht, dann ist zu viel. Ich sehe morgens, wenn ich aufstehe, nicht nur aus wie ein ungeschorenes Alpaka, sondern mindestens wie zwei ungeschorene Alpakas. Es hat keinen Friseur auf, es gibt aber Drogerie. Da habe ich mich selber versucht mit dem Färben, es ist ein bisschen Vintage-Style geworden. Und ich habe mir mittlerweile sogar live auf Instagram meine Haare geschnitten, damit man mir glaubt, ja. Und ich habe so ein bisschen hier Haargait, kann man vielleicht sehen, so den Nacken, der ist so ein bisschen so ausrasiert. Ja, ich verkaufe das jetzt hier als voll den Style, das ist der Fransen-Style. Das hat also mit Friseur überhaupt nichts zu tun. Ich freue mich riesig drauf, riesig, wenn der Friseur endlich wieder auf hat. Ja gut, also ich glaube mittlerweile diese Kommentare unter jeglichen Impf-Aufklärungsvideos oder alles, was das Impfen oder auch generell Covid-19 betrifft, die Kommentare, die da drunter stehen, ich weiß gar nicht, ob man die mittlerweile noch kommentieren muss. Natürlich werden immer so Einzelbeispiele genommen, um irgendwie die Welle zu machen und dagegen Sturm zu laufen. Ich kann an dieser Stelle einfach nur immer noch sagen, geht auf die Seite vom RKI, schaut euch valide Quellen an und wenn es irgendeinen Grund gäbe, warum man nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden dürfte, weil es beispielsweise berichtete Probleme gibt, dann werdet ihr sicherlich darüber informieren und zwar seitens der STIKO, der Ständigen Impfkommission und auch seitens des Herstellers. Vor allem fünf von, fünf von, ich weiß nicht, wie viel mittlerweile geimpft sind, eine Million oder was? Noch mehr, Israel hat ja 1,3 Millionen, also ich meine, das ist ja wirklich mittlerweile echt... Oh, ich kann es nicht mehr hören. Diese Posts oder diese Kommentare, ich meine, es gibt ja hunderte jetzt mittlerweile, wer mich dafür bezahlt, das hatten wir ja schon, die Pharmaindustrie und Frau Merkel und überhaupt, wer nämlich alles bezahlt. Also, ich weiß immer gar nicht, wo das Problem an dieser Stelle ist. Leute, ich stehe hier vor meiner Backsteinwand, ja, in meinem Schlafzimmer, in meiner Freizeit und möchte euch aufklären. Und es hat leider immer noch kein Gesundheitsministerium angerufen und gesagt, sie zahlen mir Geld dafür, dass ich in meinem Schlafzimmer Videos drehe. Ja, das ist auch ein ganz interessanter Kommentar. Das sehe ich jetzt weniger als Hater-Kommentar, sondern es ist mehr so als Info-Post an dieser Stelle. Die Influenza ist etwas, was jedes Jahr neu mutiert. Meistens hat man so drei bis vier Stämme, die wirklich immer neu mutieren. Und deswegen muss man immer jedes Jahr quasi gegen diese in diesem Jahr virulenten Stämme einen Impfstoff neu entwickeln. Und das ist der Grund, warum wir jedes Jahr gegen Influenza impfen. Das ist tatsächlich der Grund, weil es leider nicht so ist, dass wir genau diesen Erreger treffen, sondern uns da jedes Jahr neu anpassen müssen. Ja, also, wenn du jetzt gut in Mathe wärst, dann wüsstest du, dass eine Woche sieben Tage hat, 24 Stunden pro Tag. Und dass, wenn ich zum Beispiel 24 Stunden gearbeitet habe, man glaubt es nicht, ich dann auch frei habe am nächsten Tag. Denn entgegen vieler Fragen, Aussagen oder Anregungen von meinen schärfsten Kritikern, habe ich auch durchaus mal Zeit, um zu schlafen, zu duschen, mich zu waschen, mit meinen Kindern mich zu unterhalten. Also ich arbeite nicht sieben Tage die Woche 24 Stunden. Da ich so ungefähr vielleicht 60, 70 Stunden arbeite und dann zieht man nochmal ein bisschen fünf Stunden Schlaf ab pro Nacht, da habe ich noch ein bisschen Zeit, Videos zu machen. Ja, gerne. Es gibt ein super Projekt übrigens mit Clowns-Nasen. Humor hilft heilen. Und zum Beispiel die Stiftung Universitätsmedizin von meiner Uniklinik, die hat auch das Projekt Kinderclowns. Also das finde ich ganz toll, wenn man sich eine Clowns-Nase anzieht. Und da habe ich sogar schon selber für gespendet, dass unsere Kinderklinik mit Clowns bestückt wird, um da gute Laune reinzubringen. Also wenn das der Grund ist, sehr gerne, ziehe ich mir auch eine Clowns-Nase an. War das wieder die mediengeile Beach? Das konnte, jetzt machen sie schon, jetzt wissen sie nicht mehr, wie sie Bitch schreiben sollen, jetzt schreiben sie B-Punkt. Das ist auch, na gut, das Thema haben wir auch schon, das ist doch jetzt all. Das hat doch schon so ein Bad irgendwie. Also was heißt mediengeil? Ich bin in der Öffentlichkeit, es macht mir Spaß, ich stehe hier, ich mache Videos für euch. Ja, ich mache das gerne. Ja, ich bin auch gerne im Fernsehen, sonst würde ich es nicht machen. Und wenn euch das auf die Nerven geht, dann schaltet ab. Und es gibt ganz viele, die es interessiert und ich mache es mit Freude, also es ist doch schön. Ja, also sagen wir mal so, es gibt verschiedene Rettungsdienstausstatter und Kleidung und ich habe halt diese Notarztjacke, die finde ich total cool. Und ich kann ja jetzt nicht nackt auf die Straße. Also könnte ich vielleicht auch, würde wahrscheinlich für Halterung sorgen, aber darf man nicht. Es muss ja eine gewisse Anzahl an Reflexstreifen auf den Jacken sein. Also ich würde jetzt auf keinen Fall Nein sagen, wenn der Dieter mich fragt, ob ich in der Supertalent-Jury sitzen kann. Aber mein Business ist nun mal eher die Not für Medizin, das Leben retten und nicht das Beurteilen von singenden Menschen oder tanzenden Menschen oder Leute, die irgendwie ein vermeintliches Talent haben. Mein Talent liegt da ganz woanders und das ist eher in der Notaufnahme und auf der Straße. Ich drücke jetzt mal hier drauf und sage, ich habe alles beantwortet, weil es gab nicht so etwas Schlimmes, was ich jetzt erwartet hätte und irgendwie stelle ich mich ja auch dem Ganzen. Und um das zusammenzufassen, das ist völlig korrekt, es gibt mehr Leute, die dankbar sind, die das befürworten. Und da meine ich jetzt nicht nur das, was ich mache, sondern was wir alle im Gesundheitswesen leisten und tun. Das finde ich großartig und darauf fokussieren wir uns jetzt. Und die nächsten Videos, die sind ja auch über Sachen, die euch interessieren, weil ich euch aufklären will. Und in diesem Sinne buzzere ich jetzt nochmal nicht für die Hater, sondern für die anderen.